Herzlich Willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie bestimmte Internetseiten in der Vergangenheit ausgesehen haben und sich bis zum heutigen Tag entwickelt haben, dann kannst du dafür den Link in der Videobeschreibung nutzen, um auf diese Seite hier zu kommen, internetarchiv.org. Hier gibt es eine Wayback-Maschine, da tippst du dann einfach die jeweilige Internetadresse ein. Das kann entweder ein großes Portal sein, das kann eine Nischenseite sein, auf der du sehen willst, wie sie sich verbessert hat oder manchmal auch verschlimmbessert hat. Ich habe hier jetzt mal mit Facebook angefangen, Browse History angeklickt. Dann bekommst du im nächsten Fenster erstmal einen Zeitstrahl und kannst dich da durchklicken und nachschauen, wo du den allerersten Snapshot von der jeweiligen Internetseite findest. Manchmal, ähnlich wie im Fall Facebook, ist es interessant zu sehen, was sich hier unter der URL damals befunden hat und wann der allererste Snapshot von Facebook aufgetaucht ist. Ich habe hier mal durchgeklickt und habe den allerersten Snapshot im Jahr 2005 am 6. August 2005 identifiziert. So sah Facebook damals aus, im allerersten Snapshot. Fand ich ganz interessant, wer den Film mal begutachtet hat, wer sich den Film mal reingezogen hat. Der weiß, dass es damals mit den Colleges, mit den Verbindungen angefangen hat. Und hier ist nochmal ganz schön zu sehen, wie es damals aussah. Wenn dir das Video gefallen hat oder der Tipp besonders gefallen hat, dann bin ich gespannt, welche Internetseiten dir besonders aufgefallen sind. Pack den Link dazu einfach in die Kommentare. Dann können wir uns das alle mal anschauen. Wenn dir das Video generell gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und jetzt wünsche ich dir über den Link in der Videobeschreibung ganz, ganz viel Spaß dabei, einfach mal durch die Vergangenheit des Internets zu stöbern. Ich bin gespannt, was du findest. Ciao!